Letzten mal den streamen für heute. Ich dachte wir spielen mal weiter. Ich konnte so wenig abwarten. Ich muss jetzt hier mal gucken. Genau. Einstellungen laufen. So jetzt schauen wir mal. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben jetzt hier diese Holzpuppe Jimbo der Pirat. Wir haben die Kleidung die wir selber nicht annehmen können. Wir haben eine Maske. Wir haben eine Voodoo-Puppe. Wir können ja mal gucken was... Ich glaube das würde funktionieren. Okay, Schere funktioniert nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Okay, das haut alles nicht hin. Es hat viele... Dann das einzige was wir jetzt noch haben, äh, sind die Bücher. Hier können wir da unten den Riss gucken. Ich mag gucken ob wir wieder vom Schiff können. Vielleicht können wir jetzt mit irgendwas, irgendein Behälter oder irgendwas auffüllen. Hier haben wir natürlich eine Brunnen. Es wird nicht sinnvoll sein, wie das. Es wird nicht sinnvoll sein, wie das. Die Maske will er nicht. Es ist nicht hilfreich für mich, wie das. Schwert bringt ihm auch nichts. Das ist nicht seine Worte. Okay. Schere hat mal vorhin schon probiert. Ich glaube nicht, das würde funktionieren. Funktioniert auch nicht. Es hat viele... Ne. Gut, können wir den mit Wasser füllen? Ich würde nur rischieren, es diesen Weg zu verändern. Das geht auch nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir noch irgendwas kombinieren können. Die Maske... Also der... Pirat ist ja so ein ganz kleiner hier. Das ist nicht seine Worte. Alles klar, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir auch irgendwie unserem Vater durch den Schlitzer... Irgendwas... Gibt es ja so einen Riss im Boden. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Guck mal, wir werden das schon lösen. Ich habe vorhin auch gedacht, wir kommen nicht weiter. Und dann hat es geklappt. Das ist nicht seine Worte. Okay, dann gucken wir mal durch. Das ist nicht seine Worte. Das bringt nichts. Das wird dir auch nichts bringen. Das ist nicht hilfreich für mich, so wie das. Okay, das war auch eigentlich nur zur Identifizierung, welches Buch er liest oder ob er selber eins geschrieben hat, ne? Genau. Mit seinem Getränkebehälter, der wird ja hier auch gar nicht angezeigt. Ich würde nur rischieren, es diesen Weg zu verändern. Okay. Was ich mich so ein bisschen wundere, dass wir ja den selber nicht anziehen können. Kieselsteine bringen ja auch nichts, ne? Ich denke, sie können... Es ist nicht hilfreich für mich. Das bringt nichts. Hier haben wir noch die... Ich denke, das... Ne, weil die sieht so angebunden aus, die Kanone, aber okay. Hmm. Wir könnten theoretisch jetzt erstmal alles ausprobieren, was wir im Inventar haben. Eine Kaffeebohnen mitzunehmen, ich bin nicht interessiert in diesen Kaffeebohnen mitzunehmen. Ich bin schon weit wundere, besonders nachdem ich meinen Vater gefunden habe. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Es bringt auch nichts. Es bringt auch nichts. Okay. Es wird nicht so sinnvoll wie das. Er selber als Person wird ja nicht angezeigt. Ich hätte mir gedacht so, von wegen, er kriegt ja die Maske auf und dann würde er sozusagen seinen Vater da erschrecken, oder? Wir können ihn ja auch nicht anziehen, irgendwie, ne? Es ist ja wie immer, dass man irgendwas übersehen hat. Okay, Kanone. Okay, ich glaube, die Kanone möchte er auch nicht anzünden, ne? Better not. Ja, auf jeden Fall eine Option. Geht's eigentlich noch nach ganz oben, frage ich mich die ganze Zeit. Ne, irgendwie nicht. Was aber auch komisch ist. Läuft da nur da lang. Okay, da ist die Tür. Da ist unser Zuhause. Wir haben jetzt den Hut. Ein dreimalgered Hatt. Normalerweise wurden sie von Leuten von einem bestimmten Rang getestet. Klappen vom Ende des 600. Seine Fabrik ist sehr gut. Sie wurden wahrscheinlich nur für die wichtigsten Gäste von... Mit einem Multifunktionswerkzeug? Nö. Tja. Wir können auch mal mit dem Vater reden. Der hatte uns als letztes Jahr einen Schlüssel auskennt, nicht? Ich hoffe, es ist etwas wichtiges. Entschuldigung, Kapitän. Ich lasse dich zu deinem Geschäft. Gut. Geh zurück zu deinen Gehäuse, Deckhäuser. Wie ist denn das eigentlich mit dem Reisen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann nicht mehr gehen. Jetzt. Okay. Also er möchte da auch gar nicht weg. Das war gut. Adventure Galerie. Adventure Galerie. Hier geht's nach oben. Hier geht's nach unten. Also was mich halt so ein bisschen stutzig macht. Wir haben hier den natürlichen Brunnen. So. Und jetzt wäre es ja üblich, dass man zum Beispiel den Hut nimmt und mit dem Hut Wasser aufhängt, als Beispiel. Das wäre so eine Alternative. Wir können hier nochmal ein bisschen weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, ob da wir da noch was übersehen haben. Nö. Ja. So. Er sagt ja, die Pilze möchte er nicht anfassen. Wenn ich jetzt einen Brief nehme und packe... Funktioniert nicht. Pilze anzünden will er auch nicht. Mit der Schere die abschneiden... Sagt er, das geht nicht. Mit der Stimmgabel die zu nehmen... Das braucht er nicht. Ich denke, sie können in einer mehr nutzenden... Es hat viele... Besser nicht. Es könnte immer in Hand kommen. So, okay. Ich brauche das... Jetzt haben wir quasi alles benutzt. Ich würde nur Risiken... So, auf jeden Fall, dass das nicht funktioniert. So, dann haben wir hier noch eine Maske. Es wird nicht so gut wie... Es ist eine goldene Maske. Es ist von europäischen Origins. Wahrscheinlich die Lütte von einigen Raiden. Es ist eine goldene Maske. So, jetzt könnten wir das Spielchen widerspielen. Es wird nicht so gut wie das. Es bringt nichts. Es bringt auch nichts. Das ist nicht so perfekt. Es bringt nichts. Ich muss einen besseren... Es geht auch nicht. Nein, hier haben wir... Ich würde nur Risiken ruinieren. Es hat viele... Ich denke, sie können... Ich brauche es nicht. Ich brauche es hier. Ich will nicht zurückgehen. Okay. Alles klar. Dann ist ja richtig. So, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal alles richtig gemacht. Was ich mir noch vorstellen kann... Wir können mit den Piraten nicht reden. Aber vielleicht können wir ihnen ein paar Sachen geben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Willst du eigentlich das Inventar aufmachen? Nein. Sorry, Kapitän. Ich lasse es Ihnen zu Ihrem Business. Gut. Geh zurück zu Ihren Begrüßen. Okay. Wenn wir mit ihm selber nichts machen können. Dann haben wir hier nur die Möglichkeit zu sagen, okay. Es wird nicht sinnvoll. Es wird nicht hilfreich. Ich muss einen besseren Begrüßen finden. Ich würde nur Risiken... Es hat viele... Ich denke, sie können in einer mehr... Ich brauche es nicht. Okay, da können wir da nichts machen. So, jetzt haben wir... Als nächste Option die Kanonen. Es wird nicht sinnvoll wie das. Die Kanonen könnten wir... Haben wir schon mal versucht, aber er will die nicht anzünden. Es ist eine Kanone aus dem 17. Jahrhundert. Es ist keine Lunte, sagt er. Okay. Es ist eine Kanone aus dem 17. Jahrhundert. Jetzt könnte man natürlich denken, man könnte mit der Kleidung eine Lunte bauen. Es ist nicht so viel Sinn. Ich würde nur Risiken... Es wird nicht sinnvoll. Es hat viele... Was haben wir denn hier? Eine Stimmgabel. Ich brauche es nicht hier. Aber die Stimmgabel, die benutzt er auch gar nicht mehr. Also es... Kanonentechnisch haben wir alles ausprobiert. Was haben wir denn da oben nochmal direkt... Fortsetzen? Ja, gehen wir fortsetzen. Man, man, man. Das ist ja gar nicht so einfach, obwohl wir ja alles haben eigentlich. Seitdem, ich habe wieder irgendeine Kleinigkeit übersehen. Also hier ist das Einzige, was wir haben. Der Riss. Den haben wir aber eigentlich schon verwendet. Und die Puppe. Es bringt nichts, okay. Schwert. Puppe gegen Puppe. Das ist nicht so perfekt. Das bringt auch nichts. Kleidung. Ich habe einen besseren Use für sie. Okay, bringt auch nichts. Ich würde nur Risiken, es zu verhören, diese Weise zu verhören. Okay, dann könnte man noch sagen, wir sind die Puppe an, bringt nichts. Bücher. So, das haben wir uns alles angeguckt. Hier ist ein Buch, hier ist ein Buch. Papa. Hm. Das soll halt nicht sein. Jetzt zeigt er auch nur die Dinge an. Es sieht wie eine Voodoo-Dolle. Einige Prankster-Gäste. Besser nicht es zu touchen. Ich würde... Zeigt er auch nur die Sachen an, sage ich mal, die man auch markieren kann. Es ist mir nicht die beste Zeit, um zu lesen, treatises zu lesen. Es kann ja auch sein, dass ich hier irgendwas übersehen habe, was ich einsammeln kann. Da geht er wieder da rein. Also ganz nach oben kommen wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube nicht, dass wir übersehen haben. Ich glaube nicht, dass... Es ist besser nicht. Das Kieselsteine ist auf dieser Seite. Das war auch ein Riesenproblem. Wenn ich die vorher gesehen hätte, wäre das gar nicht so das Problem gewesen. Er will durch die Öffnung, aber auch nicht durch. Okay, hier ist ein Schatz. Hier gibt es hier Kisten, Säcke, Fass. Ich bin nicht ein Arsonist. 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 Okay, nehmen wir die Schere. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. 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 Okay, die haut auch nicht in die Stimmgabel. Ich brauche es hier nicht. Ich brauche es hier nicht. Das sagt er auch ganz klar, die brauchen wir nicht. Ich brauche es hier nicht. Das ist echt... Ich kann sie so nicht benutzen, aber nicht dieser. Also, kombinieren können wir untereinander auch nicht viel. Eigentlich gar nichts. Ich könnte jetzt nochmal gucken. Was ist sonst noch was? Ich habe noch eine Idee, was mir noch eingefallen ist. Also, man hat ja immer wieder Ideen, wenn man irgendwas kombiniert. Wenn wir das Schiff verlassen, dann wird die Adventure Galley extra angezeigt. Hm. Ich denke, sie können benutzen. Ich brauche es nicht. Ich bin kein Arsonist. Ich bin kein Arsonist. Ich brauche es nicht. Okay. Da gibt es halt... Ja, nur die drei Punkte, ne? Eins, zwei. Aber warum sind das... Ja. Ich bin kein Arsonist. Ich bin kein Arsonist. Natürlicher Brunnen. Ich bin kein Arsonist. 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 Es ist besser nicht. Es gibt... Es gibt keine Arsonist. Es gibt keine Arsonist. Es gibt keine Arsonist. Es gibt keine Arsonist. Es gibt auch die Sorge. Es gibt wirkliche Arsonist. Ich habe das Licht. Das Licht wird dich leiten. Okay. Nö. Keine Chance. Da ist es... Jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir oben. Was ist jetzt passiert? Ich hoffe, es ist etwas wichtiges. Entschuldigung, Kapitän. Ich bin gut. Geh! Vielleicht können wir mit den Öffnungen irgendwas machen. Ich hätte eher gedacht, dass er die Maske aufsetzen kann. Ich bin ein Arsonist. Ich muss eine bessere Use finden. Es ist nicht hilfreich für mich. Es ist nicht hilfreich für mich. Es ist nicht hilfreich für mich. Wie kann man das denn hier nicht mit reinigen? Es ist nicht hilfreich für mich so. Es ist nicht hilfreich für mich so. Es ist nicht hilfreich für mich so. Es hat viele Verwendungen. Das ist ja faszinierend. Da würde ich sagen... Ja. Gucke ich nochmal kurz bei YouTube, ob ich da eine Lösung finde. Es war auch nicht so die feine englische Art. Aber was willst du machen, wenn du gar nicht weiterkommst? Hm. Gucken wir mal. Ich nehme mal den mal am besten. Wenn wir das nochmal hier kurz... Das ist ja merkwürdig. Wir kommen da nicht voran. Ich muss mal gucken. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwas übersehen. Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das ist jetzt hier unser Game, genau. Ich wollte jetzt nochmal gucken, was haben wir denn falsch gemacht? Was machen die denn hier in der Komplettauflösung? So, er hat jetzt hier die Puppe eingesammelt. Er sammelt das Schwert ein, was ich auch gemacht habe. Er redet mit ihm, dann kriegt er einen Schlüssel. Er ist jetzt hier ein, was ich auch gemacht habe. Ich hab's, ich hab's. Unglaublich. So, kommt kein Mensch drauf. Müssen wir nochmal hier aufs Schiff gehen. Nee, 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 nee. Manche Ideen kann man gar nicht rum. Und zwar müssen wir den Piraten auf die Kanone setzen. Mh. 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 Dad manage to survive all these years on a mixture of water and mushrooms. Even in small quantities, they sustain any organism that feeds on them and provide vital energy. On the other hand, they're also a powerful hallucinogen. Dad's state of shock following his fall from the cliffs, combined with the sight of kid's ship, made him believe that he was the captain. If he keeps drinking from this chalice, he might never wake up. I have to get rid of this chalice. Professor Jones taught us that a strong adrenaline rush will counteract the mushroom's effect. First the chalice and then the adrenaline. Okay, gibt es hier sonst noch was? Wobei die Lupe noch? Die Seekarte hat er gezeigt. Ich kann nicht mit dem jetzt. Es ist mehr urgent, dass ich hier mit meinem Vater mit dem Weg finden kann. Es ist Zeit, das Spiel zu Ende zu Ende zu Ende. Nicht wieder auf deinen Gesicht, Morgan! Schau, wer zurück ist. Henry und seine Kinder, der junge Morgan. Wie hast du hier geschafft, Steve? Es war nicht schwierig. Ich war für dich all über die Stadt. Und plötzlich, was ein Glück. Ich sah dich in die Krippe in der Graveyard. Ich wundere dich für dich lange Zeit. Eventually, ich habe mich entschieden, und ich sah die Tunnel. Henry, ich glaube, du war noch immer wieder. Ich bin ein Teil entschuldigt. 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 Henry, nicht wieder. Ich bin ein Teil entschuldigt. Ich bin ein Teil entschuldigt. Ich verstehe, Henry. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Whatever du willst, Henry. Oh, ha. Ich kann dich nicht weg. Ich kann dich nicht weg. 영ael und 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 Walter gifted ein Teil entschuldigt. Oh, ich kann ja in utilise. Ich hatte die Anmung, die damalige Aikäuserin, ein Aikäuserin und hat es verdoppelt. So. Vielleicht können wir jetzt mal den Kelch mit normalem Wasser füllen. Natürlicher Brunnen. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Das ist nicht eine gute Idee. Es könnte in der Beziehung des Schiffes aufstehen. Ich muss einen Weg finden, dass es permanent weg ist. Wir sehen uns, was du tun kannst. Auf der Beziehung! Ich kann diesen Kanon nicht ausführen, um den Chalice zu entfernen. Es hat keine Wicke. Aber er will, um zu entfernen. Diese Zeit, du wirst nicht weg. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wie ist denn der Lunter? Ich kann nicht in dieser Richtung schreiten. Der Schiff ist zu nahe zu den Rücken. Hm. Es sollte funktionieren. Es ist nicht eine Kanonball, so es wird nicht so eine Devastatung. Und jetzt, der Coup de Grasse. Fire! Ich habe es geschafft! Verdammt! Ich habe das nicht gesehen. Der Racket von der Kanon war mehr devastierend als die Schalice selbst. Wollt ihr zurück auf Deck und alertet, Dad. Oha! Stürzt die Höhle ein, ne? Du stehst nicht eine Chance, diese Zeit. Wir sehen uns. Ich erinnere mich. Du hast mich verletzt, Henry. Eine Verkämpfung gegen einen Mann, der damals ein Freund für mich war, hat keinen Wert für mich. Kapitän, ich bin sorry, dass du deine Duel verhindern, aber ich glaube, dass wir gehen müssen. Die Kaffee ist verschwindet. Kapitän? Was sprachst du denn? Die Adrenalin, die durch die Duel mit Jimbo und Steve, reduziert den Effekt der Muschröme. Hurry, los geht's! Es gibt nicht viel Zeit. Nicht bevor ich das Kaffee gesehen habe. Ich habe es nie so nah zu sehen. Und ich habe jetzt keine Intention zu gehen. Aber Steve, nicht jetzt. Es gibt andere Möglichkeiten im Zukunft. Ja, Steve. Die Kinder sind richtig. Aber wir gehen, was wir noch nicht können. Henry. Kennst du mich? Steve. Ist das du? Oh, ich bin nicht sicher, was passiert. Es fühlt sich, dass er jetzt ein Gedränk seine Pilze oder so ist. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Willi, ist das wirklich du? Wie lange hat es das been? Ten Jahre, Dad. Ten sehr lange Jahre. Ten Jahre. So das bedeutet, dass du mein Letcher hast? Ja, aber warum hast du es nur gelesen, nach all diesem Zeitpunkt? Ich sensed, dass etwas falsch ist mit Steve. Ich konnte es in sein Verhältnis. Wenn ich herausgekommen, dass die Suche für Kinder treasure war, wurde ein Obstetriebe, habe ich begonnen, dass er unsere Familie könnte. Ich schaue mein Stück auf dem Map und habe versucht, ihn zu lösen. Du bist ein Morgan. Du hast die spirit of adventure in deinem Blut. Aber du bist nur fünf, und ich wollte es so schwer, dass in zehn Jahre, Steve's obsession würde vanish. Ich habe gesagt, dass, wenn etwas passiert, dass du, nachdem der Necessary-Age warst, würde ich bereit sein, zu holen. So ich schaue die Post-Date-Letter. Ich habe read Steve's Diary. Ich weiß, dass du auf den Schliff fellst. Wie warst du? A stroke of luck. Ich fell right into the sea, und die Tide pushed mich nach einem underwateren Passage das lede direkt in die Kau. Ich wollte einen Weg finden, um zurück zu der Grunde zu kommen, aber ich musste meine Strecke erst zu retten. Die letzte Sache, die ich erinnere, sind einige wirklich leidvolle Muschröme. Dann ist es alles ein Blank. Dad, lass uns zurück nach Hause gehen. Wir haben viele Dinge zu reden. Außerdem müssen wir einen Weg finden, um die Mutter zu erzählen, ohne sie zu schmerzen. Elizabeth, ja. Wir sollten zurückgehen. Sehr schönes Ende. Wir haben's geschafft. Oh. Bereit, um Bontown zu verlassen, einmal und für alle? Bontown ist nicht eine schlechte Stadt. Wir müssen uns wieder zurückkommen. Wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause gehen. Und nach Hause ist noch die Sprechung. Wer weiß, wie viel es dir noch über den Mund über die Golden Age der Piratung. Speaking of which, wenn ich die Chalice habe, ich auch bringe die Schiff's Logbook mit mir. Hier ist es. jawohl wir haben es geschafft wie geil ist das denn laden wir natürlich bei youtube hoch bin ich auch ganz froh teilweise habe ich gedacht ich komme nicht mehr weiter aber hat funktioniert musste natürlich selber bei youtube kurz gucken aber egal trotzdem schön hat spaß gemacht ja dann bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit und dann hoffe ich doch dass von willy morgan noch ein weiterer teil rauskam hat echt spaß gemacht mal wieder ein point and click adventure zu spielen dann würde ich sagen bis dahin